Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trine 2. Wir sind hier in den dunklen Mooren unterwegs, in Kapitel 4. Und ja, begeben wir uns auf die Suche nach der mysteriösen Blume, die wir jetzt suchen. Und da stellt sich auch schon das nächste Hintern ist in den Weg. Jo, hallo, herzlich willkommen. Und ja, ich glaube ich hab's kapiert. Wir müssen warten, bis die aufhört zu spucken und dann rüberspringen. Notfalls kann ich sie auch noch... Wow, ui, 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 ui. Ja, sehr schlau. Ja, ich bin drüben. Ja, warte, ich wechse zu Soja, dann kannst du die Pflanze weghalten. Wieso, du musst sie doch nicht weghalten, du warte, bis sie aufhört zu spucken in dem Moment, springst du rüber jetzt. Ja, okay, ich war so komplizierter als es ist. Egal, warte, hier kann ich Ponzius auch nehmen, das geht an Steller. Wow, Achtung von hinten. So, den haben wir doch gleich weggeschnetzelt. Der hat da keine Chance, der ist da ziemlich unterlegen. Okay, einen Moment, warte, spring mal bitte runter. Oh, das wird lustig. Müssen wir da runter oder da rüber? Oh, 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 oh. Gefährlich, gefährlich. Gar nicht so leicht. Oh, warte, was? Und geht es da weiter? Einfach reinpfen. Okay. Dann tue ich das auch, wo? Ohpala. Oh. Kein Problem. Keine Chance. Absolut nicht. Wo muss noch so eine Flasche? Die ist aber kein Problem. Und dann noch mal noch so ein Bobnitail. Keine Ahnung. Was heißt? Ah, nein, okay. In der Zwergschaft. Nochmal. Hardware schluss, oder? Okay, oh, hi. Deine Aufgabe? Oder warte ich noch es anders? Ich werfe den vor die Pflanze. Tja. Keine Chance. Und den lasse ich einen Klotz draufwerfen. Auf den werfe ich einen Klotz drauf, besser gesagt. Oh, lebt der das? Ey. Soll ich dich überleben? Okay. Da müssen wir auch da reinschieben. Und zwar mit den Klotz. So. Und tot. Okay, der ist tot. Wir können jetzt also versuchen, rüber zu... Da oben ist doch so irgendwie so ein Schatz. Wo? So, das meinst du. Ah, da geht es auch noch weiter. Kamst du da rechts? Ne, es ist nur eine Kiste, also. Ich kann sie dich öffnen. Oder doch, ich kann sie öffnen. Wir haben ein Sammlergedicht gefunden. Dann hören wir uns das doch gerade mal an. Also, ich kann es auch noch mal vorlesen. Das Dunkle Moor. Der Schwester Talent mit Magie zu erfreuen. So feiern wir morgen. Da werden wir neun. Wieder ein sehr schöner Vierzeiter. Stimmt's? Ja. Schon? So, ich schaue es mal, dass wir hier jetzt schon... Mal gucken, wie viel wir hier abräumen können von diesen... Ich habe das Gefühl, hier kommen noch Gegner. Warte, 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 warte. Da fällt mir ein. Ach, ich kann schon zwei Küsten zaubern. Genau. Das wollte ich gerade noch mal nachschauen. Das ist auch schon ein Weichen her. Oh, sorry. Das sollte jetzt... Wow. Fast wäre ich runtergefallen. Okay, ich bin runtergefallen. Aber die Kiste lockt es ja ab. So. Dann. Schauen. Das hol ich mir noch. Kannst du vielleicht eine Kiste kurz hochhalten? Dann, wenn ich da rüber springen kann. Kann ich machen. Einen Moment. So. So. Nein, in die andere Richtung bitte. Achso, da drüber. Ich habe gedacht, Daumen ist ja auch noch eins, glaube ich. Ja. So. Reichen die Zweikischten da nicht allein? Hoppala. Nee, das reicht nicht. Okay. Dann müssen wir da erstmal noch... Okay, mit Soja können wir auf jeden Fall drüber. Okay. Das wird schon reichen dann hier. Okay, du kannst Soja nehmen. Und dann sind wir hier auch schon bei einem Speicherpunkt. Da oben geht es aber auch noch weiter. Aber ich denke, Frau und das jetzt... So haben wir da auch noch schon Herzen. Ich will das mal holen. Ah, du schlecht. Kommt man damit so hier hoch? Ich probiere es gerade. Na, verdammt, ich komme es sich an meine Kiste hin. Ah, so, doch jetzt. Ja, das ist besser. Na, nee, ich komme, glaube ich nicht hoch. Okay. Okay. Haha, ha, ha. Ja, okay. Hammer. Ein kleiner Balken. Egal. Hier sieht es nach einer Falle aus. Ah, ich kann die... Dings runterholen, diese Fläschchen. Okay, haben sie runter. Oder nee, doch nicht. Die müsste ich runter schieben, aber das geht nicht. Ich kann türkisches Versuchen. Oh, woher habe ich es doch gewusst. Oh, eine Falle. Na, wie nett. Aber kein Problem für den Amadeus. Ich habe Feinde gehört, kommt da was? Komm wieder drüber, dann kann ich das Teil schwingen lassen. Ah. Manu, geil. Okay, ich bin schwer verletzt. Schäftig. Klappt's? Sag, wenn du es geschafft hast. Wir haben einen Levelaufstieg bekommen. Oh, da fliegt noch ein Schwert vor durch die Gegend. Ich halte das Teil einfach mal an. Das ist vielleicht das Klugste. Ahm, und weg damit. So, da haben wir alle schön abgezogen hier. Hm. Kann ich, äh, Ding nehmen. Zu... Wer ist das jetzt nochmal? Hä, vergessen. Zu wem? Zur Bogen. Schützen. Wechseln. Brauchen wir. Achso. Ja. Dann beschmier. Oder? Oh nein. Ja. Ja, so geht's schneller. Danke sehr. Also wir haben jetzt einen Fähigkeitspunkt, aber den können wir uns aufheben und uns dann eine gute Fähigkeit kaufen für zwei Punkte, weil es gibt nur noch zwei Punkte. So, ja, K2 kann zwar jetzt noch einen Frostpfeil bekommen oder die Bewegungsunsichtbarkeit, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Und dann könnte man für Amadeus anstürmen oder das Feuerschwert kaufen oder, äh, für Pontius meine ich und für Amadeus eine Blanke und da können wir dann eine Blanke herbeizaubern oder drei Objekte. Ja, musst du wissen dann. Ja, das sehen wir ja dann. Jetzt schauen wir erstmal so. Äh. Ähm. Unten rum oder oben rum? Ja, wir müssen da oben die Zugbrücke aufziehen, oder? Hier ist doch ein Hebel. Oh, wir haben. Und go. T-T-T-T-T-T-T. Oh, und hopp. Die sch... Die Kiste tue ich mal. Okay, warte. Ah, nein. Ah, verdammt. Nochmal. So, jetzt. E und D. Warum, da? Ah. Oh. Ich sag halt, was hast du wieder runterkommst. Ne, warte mal, hier unten gibt's auch nur was, da kannst du noch ein bisschen rumzaubern, wenn du Lust hast. So rumzaubern. Achtung, Küste fällt. Dong. Da, hier das Rohr kannst du noch reinsetzen, gell? Welches Rohr liegt? Ah, das Rohr. Da, das Rohr. Das untere kannst du auch noch... Ich muss... Das untere kannst du auch noch wegnehmen. Ah, ja. Auf, was so? Ne, das untere kann ich nicht wegnehmen. Ich mein, das obere, das obere kannst du dann auch wegnehmen. Ungefähr dann so, oder? Ja, schütze ich jetzt mal. Das Drehen ist bloß immer so ne Sache. Aber, alles so, nein. So, 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 genau, perfekt. So. Was auch immer das uns jetzt bringen soll. Weiß ja auch nicht da oben, kann ich die Verlubbe, die Palle da holen. Klingt. Ah, ich tue immer weh anstatt e. Hoppala. Kann ich jetzt da hochschwingen? Ja. Okay. Ich wollte aber eigentlich noch... Lass mal noch, halt mal bitte noch. Tue ich. Wo hat noch das Kugelchen da? Ja, versuche ich, aber ich komme nicht hin. Spring halt runter. Oder geht das auch nicht? Oh, noch mehr magisches Wasser. Okay, du musst herkommen. Okay, wächst mal bitte zu Pontius. Ich weiß nicht, wie das Wasser das fertigbringt. Sind die Schnecken und Frösche hier in der Gegend deshalb so groß? Ah, Gott, danke sehr. Weil dann versuche ich da das mit so, ja. Oh, jetzt bin ich wieder so, ja. Warte, ein Moment. Ja, ich brauchse. Ah, sofort. Jetzt nicht wieder runtergefallen. Och, Mann. Was machst du denn? Du, ich bin immer so voreilig. Ja, ich weiß, ich will heute irgendwie weiterkommen. Ja, klar, aber das hat doch Zeit. Ah, schon wieder. Hat doch alles Zeit. Und der Witter, der Sache ist, die Fall immer so mild, die Loch rein, geradezu, dass ihr reinpasst. Mit Pontius würde ich wahrscheinlich weg bleiben. Klappt's. So, warte, wenn ich jetzt drüberspringen könnte, dann könnte ich den Bollen bekommen. Also halt mal die Zugbrücke. Nein. Oh nein, Mann. Das ging knapp vorbei. Aber es ging nicht anders. Ich stehe hier und halte den Hebel und macht nichts. Ja. Und jetzt spring doch hier einfach hin. Oder ist es auch zu hoch? ja ich war ja schon oben auf dem komischen Stamm drauf aber ich komme da nicht rüber das soll probieren aber ich fliege ich wieder daneben funktioniert nicht mehr Wart mal wechseln mal zu Amadeus da könnte ich das nehmen kannst du so Blubberblasen runterholen nee kann ich nicht das wäre zu einfach weil ich meine halbe zum Würfel oder so ja ich bin jetzt Pontius oh nein die kann ja nur so blöd hoch oh nein verfehlt ich glaub's nicht heidernei der Hebel schon wieder verfehlt heidernei 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 das Spiel ist zu schwer nicht so komm das Kapitel will ich halt noch schaffen so jetzt lass mal die Rinne runterlaufen und dann wie soll ich das bitte schaffen oh sagst du ich schau grad ob ich hier irgendwie schaue dass ich für dich einen Weg hier rüber aufbauen kann so keine Chance m ich bin ich bin ich habe ich hochgepackt fertig okay fail hoch 10 oh wie der magisches Wasser wie wir es wie wir es kennengelernt haben da ist gerade der Baum quachsen nur dass ihr es nicht mit erlebt habt ob es war zeige ich euch das noch oh hier passiert nichts warte ich zieh mal runter dann gehst du da oben in die Rinne rein und hübsch dann darüber worüber da auf den komischen und lila Pilz du kannst dich an den Baumstamm oben festmachen gert ach an dem rüber siehst du jetzt so ach so an dem ja erst auf die Bauung auf die Rennera und dann sprich versucht rüber zu spielen oder probier's halt auf der anderen Seite dann da genau schwingen schwingen kommt nicht rein oder ach halt warte es gibt ja noch andere Möglichkeiten es gibt so zu viele Möglichkeiten ich bin oben jetzt habe ich es geschafft so habe ich auch das ist ein ziemlich hüpfiger Pilz er vor allem hüpfig Oro warst könnte so weiter hoch mal rein und den Krieg auch noch erlaubt ich ich will ja nicht wieder vor Ort von Laufen sagt geschafft es dürfen alle gewesen sein Speicherpunkt sehr schön dann Odiemini sieht ja sehr Prozent super aus Mensch wird und verwecken wir fallen heute keine Worte an ich weiß auch nicht warum sie ziemlich beunruhend aus wollte ich eigentlich sagen aber naja doch ich wollte ja mit ihr sein also kann ich die Platten doch bestimmt hochruhen hohe heben oder Das ist immer so ne Geh mal von der Platte Ja, jetzt, das war gut Ich glaub, das kann man schaffen, da drüber zu hüpfen Einfach auf gut Glück Gut, geh mal da unten ein Stück zur Seite, Felix, bitte Felix? Ja, kann ich Danke Ich kann die auch weghalten Einfach rüberhüpfen, man tutscht, der hat ein bisschen weh, juckt der keinen Ja Toll Ein bisschen Ein bisschen Oh, das war auch sehr klug Ja Und ich bin fast wieder tot Wenn ich nicht Geh ab So ein Idiot Sind die irgendwie gerade alle viel zu stark? Ja Ah, fuck Ich bin tot Ich auch Von wegen einfach nur rüberspringen Okay, am letzten Checkpoint fortsetzen Ja Einen Versuch wagen Okay, nochmal Der Dursch ist ja einfach, ich hab dir sehr voll noch weghalten Und du hast es nur wieder Glück Nein Gar nicht wahr Doch, jetzt hab ich's auch geschafft So, ich mach einfach nichts und lass sie alle an, den Dauer voll der Und das kann ich mal die Bogenschützen da oben Ja, ich Ich lass die Zauberer oder so Ja, ja, ich hab jetzt schon zwei geklärt als Zauberer So, Nummer drei Ich hab drei Stück So Jetzt läuft es wieder in geordneten Bahn Komm, mal schauen, was da oben auf uns wartet Oh je Nix gut ist, das kann ich schon mal an Ach, öh Also mit dem fetten Pontius zu hüpfen ist immer wieder eine Qual Ich denke, dafür ist auch nicht geschaffen Fehl Also ich bin am nächsten Checkpoint Gott Du kannst erst der Stachgund passt Das ist Ja, das ist auch sowas, was mich nicht herab Sterben Das ist was für Noobs Oh, hier ist was, oder? Ja, hier kannst du Wasser reinführen Ah Und da war auch ein Kükelchen drin Also so ein Glasfläschchen, keine Ahnung Okay, das wird wieder eine Kann ich das bewegen? Oh nein, kann ich nicht Kann ich das bewegen? Ich hab grad Oh, sehr schön Ah, ich muss die Pflanze vorziehen, wie immer Oder? Warte, ich stelle mich da rein Ah, das war schon Oh, hoppala, sorry Aber die muss doch eigentlich runter, oder? Stimmt, halt Warte mal Du musst mal Warte, ich könnte hier so ein Teil hinzaubern Oh, sorry Das ist unnötig, weil wir müssen die Pflanze da unten Ach so Ich glaube, ich weiß, wie du meinst Ja, ich weiß, oder ich hier hin So, und jetzt legt das eine da oben drauf Gut, jetzt mach mal Ich hab irgendwie immer das Gefühl, wenn man das auf eine total umständliche Art und Weise Aber es funktioniert Und dann haben wir wieder eine schöne Pflanze Ein Gewächs Ein schönes Gewächs Je nachdem, wie man sieht Bis man noch noch hochkommt Wieso kann ich keine Kiste machen? Ach so, jetzt Oh no Das wird nichts Das wird noch lustig, wie wir da hochkommen Ja, komm schon Und so Du kannst versuchen, komm mal zu mir hoch zum Checkpoint Toll, zwar auch wieder gefailt hier Einfach hochziehen Du triffst doch Genau Ja, aber ich bin dann unter dem anderen Ding drunter kann Ach so Nein Früher springend, dann hätte es fast Nochmal Ja, ja Sehr schön Schau mal du weiter, ob da was kommt An Checkpoint War ich ja schon wieder Gegner Aha Na, das wird böse noch Also gut, ich bin jetzt hier drüben Ich ruf mal da runter Flatsch, flatsch, flatsch Oh nein, ein Endgegner Ich glaub's nicht Ein Troll, ein Troll, ein Troll Ein Kobold Ähm Scheiße Der hat mich einfach zertreten Okay, Pudding Scheiße, toll Jetzt und ich komm nicht rüber Bzw. wie kommen wir hier Kann, was kann ich erst Amadeus, die Pflanzen Wie sollen wir da rüberkommen? Das ist ganz Doch die Pflanze hat sie nicht Nein, kann ich nicht Irgendwas, mir kommt zuvor, als hätte ich irgendwas vergessen Darf ich mal Amadeus sein? Äh, Ponzio, ach ne, Amadeus Was hast du vor genau? Ja Komischerweise hast du mir grad anzeigt, dass du jetzt als Anfang hast, äh, Train 2 zu spielen Warum auch immer Warum auch immer Fail Äh, Failur Das ist die falsche Oh Oh Oh, nein, das geht wieder zurück Mensch, irgendwie muss es doch gehen Warte mal, ich glaub, es gab, es gab einen Knopf, mit dem man sich zu einem anderen teleportieren kann Echt? Echt? Ich weiß es nicht mehr Willst du mal rüberhüpfen? Wat? Guck ich jetzt alle Knöpfe durch? Ne, ich, äh, schau grad mal Wie jemand sich zu dir porten kann Nach oben, links, rechts, alt, springen Zum Zauberer wechseln Ich schau mal kurz im Menü nach Fähigkeitsmenü Ne Einst Hm Da war noch nichts Einstellungen Du, 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 Steuerung Hm, egal Zauberer wechseln Du, 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 du Ich glaub, es war Backspace Oh, jetzt, oh, jetzt war ich im Chat Hoppala Naja Egal Schauen wir mal, dass man so rüberkommt Genau Und zwar in der nächsten Folge Und dann kämpft mir auch gegen den Treu Der jetzt mal nur mit einem Schlag besiegt hat Der ist auf mich drauf dreht, da konnte ich nichts dafür Wer die Pontius Blatt macht Nur gut Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis nächste Woche Tschüss